hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft akasha mit der jana und dem mecky leute erst mal ganz kurzes fail von mir und zwar letzte folge ich leider nicht aufgenommen weil ich doof und deswegen kein video bei mir deswegen schaut unbedingt für die letzte folge beim pixel vorbei dort könnt ihr euch das video nämlich anschauen und ja jetzt geht es erstmal hier ganz normal weiter wir haben kurz noch mal für meinen zuschauer angefangen mit dem big reaktor wir haben erstmal quasi die pneumatik kraft auf eis gelegt also nicht auf eis gelegt aber kurz mal pausiert weil wir eben erstmal strom brauchen und das ist eben das aktuelle problem deswegen haben wir gesagt jetzt baum erstmal big reaktor so da steht schon mal der anfang von dem guten stück viel ist noch nicht passiert aber in die richtung soll es gehen so haben wir schon mit dem power tab das ist für das da geht runter und so sieht aus gut was habe ich jetzt noch also den export wollen wir das ist auch von rein komplett oder ja warum nicht also brauchen wir zwei eingebaut zwei export so war der zart war ja so klar ist denn hier nur los ich mal holz am start das ist echte manchmal komisch wir haben wirklich kein iron mehr ne ja wenn ihr euch wundert würde ich mich gerade sagen warum ich hier fliege und aus der quarry schon mal das allen voraus holt ist aus dem grund wir haben keine einen mehr sehr cool ich bin schon in der höhle am strip meinen oh mein gott back to the roots ja warte mal mit was vom neuen können man das jetzt wieder umstellen dann ist doch nicht nur eine seite hier oder hey big reaktor hat nur so wenig komponenten ehrlich jetzt ja okay mit was stellt man denn den den port um noch mal acht geht ja mit dem hell wieso ging es gerade mit dem größten thema geht es gut so das gute ist die quarry ist schon so tief dass da echt relativ viel eisen drin ist das läuft halt einfach nur zu langsam that's your problem ja so ich habe jetzt auch ein bisschen was dabei hast du eisen gefunden ja ja 42 stück heißt 84 haben wir jetzt erstmal gleich wieder ist ja auch nicht die welt aber bevor wir gar nichts haben ich habe auch sechs nice vielleicht finde ich ja noch mehr ich glaube hier an dem wenden das hat pixel schon alles rausgehauen ich glaube dass unser iron ist das letzte mal für diesen für dieses unser vorhaben mit der pressure chamber und dem ganzen kram draufgegangen ja das ich finde kein eisen aber dias das ist ein bisschen zu tief monster müssen draußen bleiben so das ist mal ganz ehrlich ja ganz ehrlich wenn es wenn es bei pvp-projekten darum geht eisen zu finden dann bin ich die blind diese und hier gehe ich einfach mal in die wand und keine zwei dinger dahinter finde ich eisen also es ist weil du immer so hüppelig bist im pvp brauchst du doch nur eine pistole bauen eine pistole und alle erschießen oder so ähnlich und alles so viel eisen haben wir schon wieder so warte mal das hatte ich das hatte ich das hatte ich das braucht man nicht das brauchen wir haben eine höhe von sechs also vier oder wo man viel eisen oder wo man viel eisen oh gott für die few words da war man echt viel eisen wenn man so ja das kriegen wir hin wenn man nach der folge erst mal auf screen ein bisschen fahren gehen weil ich glaube das wirklich langweilig uns zur beizung zu schauen ja eisen fahren oder generell fahren aber ich glaube auch dass wir nach dem reaktor wenn wir tesserakt haben dass das das letzte mal ressourcenprobleme waren also dass wir dann das letzte mal ressourcenprobleme haben ja ja das denke ich auch das wird dann geschichte sein ach so warte mal hier eine decke muss ja auch noch ein na gut die few words jetzt noch ähm der reaktor ist zu klein warte mal höhe 6 ach so das ist die innenseite oh ja warte mal kurz so kriegt man 5 words rein ja ja 8.800 der fersenhofer der größer die wir jetzt haben mit grafiz äh hab mich verrechnet gehabt sorry das kann ich dir leider nicht äh entschuldigen tut mir leid doch kannst du nein doch nein wenn ich mir wem dann so hm 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 not enough control rods I know hm 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 Das reicht. Hä? So, zack, zack, zack. So. Ja. So, so, so. Das sieht ja schon mal gut aus. Ach nö, das ist ja doof. Was denn? Ah ne. Naja. Um auf den Reaktoren drauf zu kommen, das ist schon die letzte Schicht quasi Dings, die wir hier haben. Erde. Ja. Hä? Ach so, habe ich wieder zugebaut, weil ich der Held des Tages bin. So. Gut, müssen wir erstmal offen lassen, nützt nichts. In der Regel müssen wir ja in die Rotze auch nicht so oft ran, oder? Genau. Beziehungsweise könnte man doch hier vorne mit so Türen, mit so Falltüren, das vielleicht so... Ne, ne, ist auch doof. Geht nicht. Funktioniert nicht. Du hast es ja schon fertig gebaut, das Drumherum vom Reaktor. Ach so, ja. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Eisen haben. Äh, baust du ja nur für Eisen, für vier so eine... Ach so. Du kriegst quasi aus ein Reisen, ein Eisen, ein Reaktor Casing. Weil du aus vier Eisen vier kriegst. Ähm, aber wir brauchen ja die Watts noch und das ist halt das Problem, weil du brauchst glaube ich für ein Watts 12 Eisen. Äh, 6 Eisen. Ja. Ja. Aber ich hab elf Stück schon mal. Sehr gut. Und wie viele brauchen wir insgesamt? Äh, insgesamt brauchen wir fünf mal vier. Zwanzig. Ja, das geht ja dann, das kriegen wir doch hin, haben wir doch gleich. Ach so, ne, die Watts müssen ja durchgehen bis oben, ne? Ne, was müssen da oben, warte mal. Obendrauf muss ein können, muss dieser... Ach ja, der Reaktorkontor. Aber mit der Tür der Dunkel. So. Ich bräuchte halt jetzt noch Grafit Bar, ne? Ach, brauche noch? Ja, dann mach ich noch wen. Also ähm, zum kühlen halt. Warte mal diese Grafit Blöcke da. Äh, was ja auch noch Frage ist, ob man gleich Zyanid Prozessor noch bauen wollen. Jaaa. Oh, ein Emirates. Nice, danke. Jungs. Jungs. Könnten wir ein ME-System noch unten reinlegen? Wie meinst du? Äh, ein Crafting Panel. Warte mal. Ach, das war es auch schon an Eisen. Gut, super. Gut, super. Ach, das war es auch schon an Eisen. Gut, super. Warte mal. Ach, das war es auch schon an Eisen. Okay. Du hast hier noch 14 Eisen im Inventar, wo kommen die denn her? Jaa. Äh, dann kriegt man hier nochmal zwei Stück raus. Warte mal, das war mir was dazu. 1, was gelassen ist. 2, 3, 4. 2, 3, 4. so das heißt ich brauche erst mal einmal das noch dann haben wir schon mal die fertig so also die words habe ich alle für oben drauf die kontrolle sehr gut ok stoppt und wieder schlafen gehen und ich lieg' nein du stehst im bett er stehen wird ja jetzt auch im stehen schlafen hat was so ein neuer tag ein neues glück es fehlen jetzt noch 126 words dann ist das ding fertig 6 x 6 36 eisen fehlen ne vier haben wir 32 32 eisen brauchen wir noch und wie viele sind im system 0 32 sagst du brauchen wir quasi 16 17 dann schmeißen mal rein hier in unsere verarbeitung ich bin doch schon dabei ist ja in ordnung habe ja nichts zu sagen so wirst du durchlaufen so manchmal habe ich so die selbst gespräche jetzt ist manchmal wenn es einfach so aussetzt ja häufiger spannung trommelwirbel wird das eisen reichen so was hatte ich gesagt sechs stück brauche ich ja fünf hammer noch sechs eisen die ersten drei sind geliefert und da sind die letzten drei sehr schön so jetzt bin ich mal gespannt ob das ding connected miteinander das hier alles richtig ist aber ich glaube schon da war schon toll ehrlich ich habe schon zugebaut ganz fertig war ich bin aber ein verrückter kauz manchmal das kannst du laut sagen ich bin hier kleiner mann da war er dort guck mal fertig ich finde es sieht sehr gut aus das ding da in der wand wunderbar schön oder ja graphite grafit haben wir da jetzt noch genug für die zwischenräume ich gucke wir brauchen die tausend grafit blöcke grafit block denke mal dass das jetzt ein grafit block ist hier im moment ja ja ist es ja ja grafit block genau wie viele brauchen wir brauchen moment 4 8 4 8 12 16 ja das grünen grüß mal ist natürlich doof zieht der werk dann komplett schwarz aus nicht so schön es fehlen nur ein paar ja warte der knüttel noch kohle noch in den erleichtern soll ich die anderen schon mal installieren oder wirst du das machen ja ja kannst du machen warte ich werf dir hin danke oh einer fehlt? nice das war einer zu viel so so und und warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal komm raus bauern hier zack sehr schön müssen da gewesen sein jetzt brauchen stromleitung wir haben es mal schauen was wir bauen weil wir brauchen die energy in der energy conduits ja dazu brauchen wir und dazu brauchen wir energetik und enderperle jeweils dazu brauchen wir kloster und das geht eigentlich das machen wir aber im nächsten part genau ja wenn es euch gefallen hat lasst ein leichter ich habe mir immer weiter steht in der beschreibung und tschüss